Ja hallo, welcome back zu Episode 9 meines Let's Plays. Und in der letzten Episode hatten wir es geschafft, die Elders in Korea erfolgreich zu bekämpfen. Ja, was wollte ich jetzt machen? Genau, ich wollte vier Soldaten nachkaufen, weil uns ja vier verloren gegangen sind in der letzten Episode. Und nochmal 15 Wissenschaftler. Dass das mit der Forschung hier mal schneller geht. Ferner würde ich die Plasma-Pistolen-Forschung abbrechen. Und das schwere Plasma erstmal erforschen. So. Gut, du sagst, die Produktion, Rüstung wird noch hergestellt. Okay, ich mach mal weiter. Da kommen unsere Neuen. Wollen wir die gleich mal umbenennen. Und zwar... Yoko wird die 21. Leonid... Die 22. David... Die 23. Und Brad wird die 24. So. Gut, und... Wir fügen die Wissenschaftler hier hinzu. Und wir machen weiter. Ein sehr kleines Ufo. Müssen wir runterholen. Bessen gleich wieder mit beiden, weil uns das wahrscheinlich wieder versuchen wird zu entkommen. Runterholen bitte. Danke. Sehr gut. Das schnappen wir uns selbstverständlich gleich. Wer ist hier alles an Bord? Dann kommt noch die 18 und die 19 mit. Schäden, man sollten hier ausreichen. So. Okay. Okay, wir haben natürlich noch außerirdischen Granaten. Dann nehmen wir die doch mit. Sanitaschen haben wir auch mittlerweile, Gott sei Dank. Rüstung. Wollen wir mal, würde ich sagen. Hoffe, wir kriegen ja eine Tagmission hin. Sollte aber klappen. So. Ruf Nummer 4. Ach, scheiße. Jetzt habe ich die Rüstung vergessen. Ach, Mann. Es ist so zum Kotzen. Jedes Mal vergisst man irgendwas. Okay, die Flares brauchen wir jetzt nicht. Und wo sind wir hier? Das ist ja niedlich. Das ist wahrscheinlich nur einer. Okay. 18 geht erst mal raus. Noch sehen wir keinen. Da kam Schuss. Da ist der Sack. Komm, hol ihn dir. Ich habe gesagt, hol ihn dir. Junge. Er ist nicht gestorben. Das ist ja schon mal was. Noch mehr. Jetzt nochmal. Schnappen dir. Junge, du hast echt verdient zu sterben. Ohne Scheiß. Danke. Du bist so ein Depp, Alter. Wenn du es mit tausend Schüssen nicht schaffst, ey. Dann hast du es auch nicht verdient. Ehrlich. Moment mal, bitte. So, da sind wir wieder. Entschuldigung. Wurde mal wieder unterbrochen, wie ich es liebe. Danke. Danke. Okay, das war es auch. Super. Wieder gleich ein Verloren. Oh Mann, ey. Und die beiden wurden befördert. Obwohl sie gar nichts gemacht haben. Glückwunsch. Okay. Und wir kaufen wieder einen nach. Mann, Mann, Mann. Machen die Missionen und kriegen nur Negativbewertung. Samuel. 25. So. Oh Mann, muss der da unbedingt sterben mit dieser Depp, ey. Klein. Abfangen, bitte. Und zwar pronto. So. Macht platt das Ding. Jawoll. Soll nicht abgehauen. Sehr schön. Raumschiff ausrüsten. Kommt die 20 mit? Gut. 10 Mann sollten da auch wieder ausreichen. Und diesmal an die Rüstung denken, bitte. Jawoll. Und die 12. So. Jetzt hat Reda bis auf einen eine Rüstung. Ups. Und wir kaufen uns dieses UFO. Ab geht's. Äh, dieses Jahr doch. Die ist UFO. Ja. Tagmessi und sehr gut. Diesmal nicht im Eis. Dank des... Long-Range-Radars. Sehr gut. Alle Rüstungen schon mal eine bessere Waffe. Das ist doch mal hoch erfreulich. Und da sehen wir schon den Ersten. Komm, Ubu, zeig, was du kannst. Und triff bitte. Dankeschön. Sehr gut. Ich mach erst mal... So. Da ist das UFO. Hier ist die Map zu Ende. Wir sind wieder vorsichtig. 19. Gehen wir vorsichtig raus. Wir sehen noch nichts. Da kam schon ein Schuss. Frage ist, wo der herkam. Da ist der Sack. Umbringen. Los. Oh Mann. Dem Heu hast du es aber gegeben, ey. Oh mein Gott, Jungs. Ihr seid sowas von scheiße. Uuuuh. Upu, kannst du von hier was machen? Oder hast du bestimmt wieder keine Schusslinie? Das dachte ich mir doch. Von da? Oh mein Gott, ey. Schieß. Danke. Well done. So. Vorsichtig ranwagen. Sehr vorsichtig. Weil wir wissen ja, wie es hier abgeht. Mal hier lang. und wir schicken noch mal die 8 raus. Ganz vorsichtig. Zurück halten die Jungs bisher. Oh, ich sehe gerade. Die Zeit ist rum. Bis gleich. Tschüss. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.